Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 12.03.2021. Und ja, Freunde, wir können ja mal eine Tasse Tee trinken hier, während hier so richtig gar nichts im DAX passiert. Müssen wir dann so ein bisschen aufpassen halt. Die Volatilität ist deutlich zurückgegangen, erreicht schon fast wieder vor Corona-Zustände. Wenn das so weitergeht, sollten wir dann auch vielleicht wieder eine Zeiteinheit runterschalten. Wir waren ja Corona-bedingt hochgegangen, war auch jetzt nach wie vor immer lange, lange auch noch hohe Volatilität, dass man auch mal einen Tag jetzt hier hatte mit 400 Punkten und so weiter. Das ist natürlich jetzt, wir sind jetzt auf Allzeit hoch. Das sind so Bereiche, wo der Markt natürlich, wenn die Leute zum einen sagen, ich kann nichts verkaufen, weil wo soll ich es denn sonst hinlegen, wenn ich es jetzt hier verkaufe? Und zum anderen, die Leute sagen, das ist aber auch schon ganz schön hoch, hier jetzt unbedingt reinkaufen will ja auch nicht mehr zwingend. Und die wenigen, die reinkaufen, dann die frühstücken, die verkaufen. Und dann bewegt sich der Markt halt nicht viel. So, das kann doch schon sein, dass das dann hier auch sich ein bisschen festsetzt halt. Also, da müssen wir ein bisschen den Blick behalten jetzt. Schon der zweite Tag, wo hier nicht dolle viel gegangen ist. Ich meine, gestern war okay, aber es ist phasenbedingt einfach so. Wir haben schon am Montag darüber gesprochen, dass der Markt in so einem Punkt, an so einem Bewegungspunkt, sehr oft sein Bewegungsverhalten deutlich ändert halt. Hin zu punktueller Bewegung und den Rest einfach nur seitwärts rumgehänge, wo dann alle total verrückt wären und in drinnen rumstochern. Oder halt gar nicht drauf gucken halt. Das gibt es ja auch. Dass manch einer sagt, er wartet hier auf seine 100 Punkte, ist in der Position drinnen und die kommt nicht. Da müssen wir uns ein bisschen darauf vorbereiten, dass das durchaus auch anhalten kann halt. Also insbesondere, wenn jetzt auch zum Freitag nicht viel passiert und dann Montag auch nicht viel passiert, dann wird für die ganze nächste Woche so auch werden. Und wenn die ganze nächste Woche so wird, kann auch die danach noch so werden. Da müssen wir ein bisschen gucken halt. Impulse sind auch geopolitisch momentan. Es ist jetzt nicht so richtig, wo der Markt drauf hinfiebern kann oder wo er so besonders viel Angst vorkriegen muss. Das sind so, es gibt viele Sachen, die man erwähnen kann, aber nichts, wo man so sagt, hm, das ist es. Fällt mir jetzt die Bundestagswahl noch ein, Ende des Jahres, aber bis dahin ist es noch eine ganze Weile hin. Ja, Fakt ist, jetzt. Jetzt ist wichtig, jetzt geht es um die Wurst. Wir haben gestern davon gesprochen, dass bestimmt ein Aufwärtskip kommen kann, in die 600, 635 rein. Dass es zum Donnerstag passen würde, wenn er das eigentlich nach unten haut. Ich habe auch schon gesagt habe, dass ich ein bisschen Respekt davor habe, dass er auch nach oben abhaut, weil halt so viele noch Shorts drinne haben, auch ohne Stop-Loss halt. Also ganz viele, die halt auch noch den Bereich hier, jetzt irgendwelche Leichen ohne Stop-Loss, viele, die in der Bewegungsphase hier, das ist ganz klassisch halt. Da muss man niemanden fragen. Das sieht man schon an den Katzen, so wie die stehen. Da weiß man genau, das sind welche hier bei 100 rein, da sind welche bei 140, bei 200 rein. Und alles, 250, vielleicht sogar noch 280 und alles, was darüber ist, das ist dann schon eher nicht mehr so wichtig, weil die dann wieder gut rausgekommen sind. Das heißt, hier liegen so eigentlich so die ganzen Schmerzpositionen momentan. Oder eben auch in solchen Bereichen hier halt, weil hier noch ein offenes Gap steht. So, und deswegen sind die Gaps immer ganz interessant, wenn man denn in Aufwärtsbewegungen welche setzt. Momentan haben wir da nur das eine. Bisschen ungewöhnlich, sag ich mal. Normalerweise haben wir in so einem Ready-Strang vom Dax, und das ist ja unverkennbar, guck mal, vier Tage hat er das jetzt gehalten. Ist ja einer, aber ohne Aufwärtsgep, sehr selten. Also, deswegen, ich würde das einfach, weil es so typisch für ihn ist, ich würde fast jetzt das zum Freitag nochmal unterstellen, dass vielleicht eins kommt. Da ist das vielleicht offen, vielleicht macht er nicht viel Bewegung und vielleicht sind es bloß 50 Punkte. Aber vielleicht lässt er einfach sein Gap dann halt stehen. Und dann macht er nochmal ein Gap zum Montag und dann hat er schon wieder seine statistische Wahrscheinlichkeit erfüllt und er kann reingehen. Also, so gesehen gibt es, ich würde es nochmal ansetzen halt, ich würde es nochmal mitnehmen, weil so gesehen, wir haben noch keine Umkehrsignale, aber wir haben welche vorbereitet. Und da müssen wir jetzt auch ein bisschen drüber sprechen, ganz kurz, nicht lang, aber wir haben ein bisschen, wir haben eine rote Tageskerze jetzt reinbekommen. Wir haben das Aufwärtsgep gesetzt und wir haben das abverkauft. Also, das heißt, da sind früh mit dem Aufwärtsgep dann doch schon einige aus der Versenke gekommen und haben sich vielleicht auch nochmal umentschieden. Man hat es auch bei uns im Chat zum Beispiel, hat man es auch deutlicher gemerkt, wo plötzlich dann schon recht oft auch mal von einem Long-Thema, das war die Tage jetzt immer nicht so, die 15.000 oft genannt gewesen und schwuppdiwupp bremste sich den ganzen Tag auf der Stelle aus. Also, das an sich ist jetzt erstmal weder Long noch Short unbedingt betonstwert. Eher sogar eigentlich ein Vorteil nach oben, dass er auf der Stelle stehen geblieben ist. Wir haben ja sogar höher geschlossen als am Vortag. Also, wir haben neue Allzeithochs gesetzt. Das sind alles eher trendbestätigende Signale. Wir sind halt nicht eingebrochen und wir sind nicht zurückgekommen. Aber für alle erkennbar, es nimmt halt auch ein bisschen an Dynamik ab. Es geht oben nicht mehr so ganz unbeschwert oben raus. Es sind vermutlich zu viele dann auch wieder Long und da wird langsam auch mal was passen, dass er so ein bisschen runterlegt. Einfach, weil hier so viele wahrscheinlich noch in Position festhängen, wird er da nicht reingehen und wird er vorher drehen. Und da wird dann so der Bereich hier so interessant. Der hier so, ich sag mal so zwischen 400 und 450. Das wäre eigentlich jetzt unten eine schöne Anlaufstelle, die ihr auch zum Freitag bringen könnt. Und dann wird er das aber so machen, dann wird er das so machen, dass er am Freitag auch tief schließt. Damit nämlich die, die hier schon drinnen sitzen, denken, die kriegen am Montag ihre Dinger raus. Ihr müsst, denkt immer ein bisschen da dran, der Dachs, der macht das aus einem Grund hier. Der will eure Kohle. Und wenn ihr dahinter gekommen seid, dass er das will, dann könnt ihr sagen, er will die Kohle von den anderen. Und deswegen stellt er sich halt immer mal wieder genau so, dass er genau eigentlich dann die Leute richtig an den Eiern hat. Und deswegen, wenn er jetzt hier zu viele Longs reingekriegt hat und zu viele Leute jetzt zu flexibel werden und sich öffnen hier halt, dann ist es auch legitim, dass das sich mal unten ein bisschen auslässt. 4,45 bis 13,3,80. Äh, 14,4,45 bis 14,3,80. Fände ich interessant für sowas. 14,3,75 vielleicht. Das ist eigentlich ein schöner Bereich, wenn er am Freitag unter 5,15 wegfällt. Ähm, wahrscheinlich muss gar nicht so viel mehr kommen. Das kann er den ganzen Tag für Zeit lassen. Aber wenn er das macht, dann macht er zu Montag noch mal eine Rakete. Dann macht er zu Montag noch mal, Montag, Dienstag hier noch mal schön oben raus. Vielleicht in die 700 rein, 57, 6,7,30, äh, 6,35 haben wir hier oben noch. Oder dann halt auch schon mehr halt. Ne, das wäre aber legitim. Und dann hätte er halt schöne ein, einen schönen ersten Bewegungsstrang nach oben. Kleine Korrektur, schönen zweiten Bewegungsstrang. Hier jetzt eine Erholung, eine Korrektur. Die Korrektur runtergedrückt und dann hier noch mal so eine schöne, schöne, schöne fünfte Welle. Dann, dann passt das hier vom Gebilde halt auch schön rein. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wenn er zum Freitag nach unten arbeitet. Aber dieses nach unten arbeiten zum Freitag ist halt jetzt auch nicht unbedingt so garantiert halt, ne. Es ist sehr, sehr viel Ruhe. Er erwartet nicht so viel. Ja, ich glaube, wenn er viel Bewegung macht, dann wahrscheinlich eher, ich weiß nicht, ich würde es eher nach oben, weil es typischer für ihn wäre halt, ne. Aufwärtsgelb offen lassen und noch mal ein paar Punkte wegschroten einfach. Das wäre typischer, ne. Also, ich erinnere mich da noch gut an, so Bewegungsphasen auch 2,5. Also, eigentlich könnt ihr jedes Bullenjahr euch durchgucken halt, ne. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen, die letzten Jahre waren im DAX nicht unbedingt bullig. Also, auch wenn man so ab 2018 zurückdenkt, ab 2015 eigentlich ja auch, ne. Das waren alles, da waren schon immer so die stärksten Jahre im DAX. Aber phasenweise gab es halt einfach Monate, die gingen nur aufwärts. Das findet man zur Genüge. Guckt euch das durch. Und da ist das Bewegungsverhalten, ist doch sehr, sehr, sehr markant im DAX, weil es immer wieder sehr ähnlich ist, ne. Es ist ja wie Rund dazu hat er auch ähnlich. Genau wie in der Range immer wieder. Eigentlich macht er immer wieder das Gleiche halt, ne. Man muss bloß ein bisschen ein Gefühl für bekommen, wie er die Bewegung, oder worin er sich gerade befindet. So, okay. Also, was will ich euch sagen? Ich will euch sagen, unten ist mir die 5,15, 5,20. Sehr wichtig. Sollte die unterschritten werden zum Freitag. Am besten nicht gleich früh, weil dann geht er wieder nach oben. Sondern einfach ein bisschen in der Ruhe raus starten und dann hinten raus umgeben. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir zwischen 14,445 und 14,380 einen Tagesschuss kriegen. Und dann macht er am Montag eine grüne Kerze, die die rote vollkommen auskontert vom Freitag und ein neues Allzeithoch gleich noch mit dazu. Ja, also da sollte man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen dann, dass man, ja, dass man sich da auch nicht ins Boxhorn erken lässt. Es wird dann eine schöne Bärenfalle. Und das wäre hier einfach typisch für den Moment. Weil fehlt auch noch ein bisschen was hier so vom Bewegungsmuster. Fehlt einfach, fehlt einfach auch so entweder seitwärts oder einfach ein bisschen Bewegung hier mal um die, um die, um die wichtigen Kursniveaus. Und da würde das gut reinpassen. Kann natürlich auch, wenn er, wenn er früh das machen sollte. Früh gleich 4,45, 3,80 irgendwie rein. Glaube ich nicht. Dafür ist er zu ruhig. Aber, aber wenn es, ne, das macht er nicht. Ne, glaube ich nicht. Aber wenn es doch kommen sollte, wenn er es schon früh bringt, dann kontert er sich direkt wieder aus. Aber, ähm, ansonsten so zum Nachmittag behaltet das mal ein bisschen im Hinterkopf. Der kommt dann hier rein. Vielleicht macht er sogar zum, zum Montag dann ein kleines Abwärtsgap. Aber die kontert das direkt dann aus halt, ne. Da, da liegt dann wirklich ein bisschen das Charme. Weil da kommt dann wieder Bewegung rein. Da hat er wieder ein bisschen bereinigt, weil er die Longs rausgeholt hat, ne, zum Freitag. Okay, also, insoweit, dass meine Erwartungshaltung oben ist, für mich nach wie vor trotzdem das Risiko. Also, ich glaube, wenn wir hier, das können wir auch, ich weiß nicht, fast den Longtrigger da ein bisschen runterziehen, wenn der, der hier drüber geht, also, glaube ich, schon, halt, ne, auch per Gap oder so, der kann sich strecken. Der Dax schafft auch hier in so einer Situation nochmal 200 Punkte am Tag. Das ist ja kein Akt für den. Schafft sogar 300 oder 400 in solchen Bewegungen. Steht im Parkesband immer noch draußen. Ja, hat es jetzt nochmal von außen angetippt. Wir können mal reingucken, aber das sieht man hier. Der müsste genau drauf sitzen jetzt. Naja, nee, nicht mal. Guck mal, der steht sogar noch draußen. Seht ihr das? Ist immer noch auf dem Parkesband. Also, quasi wie hier. Hat immer wieder so einmal angetippt und dann weiter. Hier hat er auch mit einem Abwärtsgap auf dem Band aufgesetzt. Und weiter. Also, der ist noch aus dem Band draußen und quasi im Übertreibungsmodus. Ähm, quasi außerhalb der Normalabweichung. Ja, geht schon noch was. Aber es ist eine rote Tageskarte. Es ist das erste Mal ein Abwärtsgap. Dann hier in der Bewegung nicht bestätigt worden. Das gibt auch unten raus jetzt die ersten wirklichen Potenziale, sag ich mal. Und dafür will ich ihn aber unter, ich will ihn dafür unter 5,20, unter 5,15 sehen. Wenn er das macht, dann, dann so 14,45, eher so 14,400, 14,3,75. Das wäre, das wäre so mein Bewegungsbereich hier unten. Ähm, da könnte man vielleicht sogar dann drauf hinschorten. Ähm, wenn er das anbietet, wenn man das auch sieht, dass er, dass er runter will. Und ansonsten, wenn er stabil zur Seite rechnet, damit, dass der Stück für Stück nochmal was nach oben nachlegen kann. Halt, das kommt so ganz punktuell dann in den, das ist aber ganz typisch für den DAX halt, ne. Der hackt dann da einfach so, pfff, nochmal was nach oben rein halt, ne. Es ist immer nicht verkehrt, sich einfach unter dem letzten Tief abzusichern, ja. Und dann nach oben sich ein bisschen offen zu lassen. Und wenn man dann mal wegguckt und da steht dann doch 200 Punkte weiter oben, dann hat man zumindestens erstmal kein großes Drama vor sich, ne. Sondern eher eine positive Überraschung. Ja, gut, okay. Soviel, ähm, quasi zu meiner Erwartungshaltung für den Freitag. Ähm, was sehe ich ganz konkret? Ich sehe ganz konkret eigentlich zur Seite. Ja, ja, für das unten raus will ich, will ich den unter 5, 20, 5, 15 sehen. Ja, für richtig oben raus will ich ein knackiges Aufwärtsgap. Und ich würde fast drauf tippen, wir bekommen einen Tageseröffnungskurs 14, 4, 55. Und dann pädelt er den ganzen Tag zwischen, keine Ahnung, 14, 5, 80 und 14, 5, 20 oder so hin und her. Das würde mich nicht verwundern, ja. Ja, und wir müssen uns auch ein bisschen einfach auch mit auf die Bewegung einstellen. Also, schönes Aufwärtsgap wäre Indikator für oben, ähm, um eine Übertreibung einzuleuten, einfach um ein bisschen Überraschungsmomentum aufzubauen. Oder halt eine Unterbietung von 5, 20, 5, 14 hätte unten halt die Potenziale dazwischen Lasten schieben halt, ne. Im Zweifel halt einfach kleine kurze Trades da mitmachen. Ähm, eng abgesichert, einfach über die Rangekanten drüber. Aber das kann man auch. Und dann hat man auch kein Problem mit dem, wenn der DAX dort tagelang. Also, man kann schon relativ viel machen. Muss sich halt ein bisschen anders. Man muss sich anpassen einfach. Wie man sich jeden Monat und jedes Jahr und jede Woche immer wieder an den Markt anpassen muss. Weil der Markt passt sich nicht an uns an. Na, das heißt, wenn mir sowas nicht liegt, passe ich mich entweder an oder, ähm, warte halt, bis er wieder in mein Muster reinspringt, ne. Gut, alles klar. Ich habe mehr gesagt, als ich es eigentlich sagen wollte. Ähm, so ähnlich wie gestern. Ich früh gedacht, äh, ich habe beim Anfang gedacht, das wären 4-Minuten-Videos dann doch relativ viel erzählt. Aber ich glaube, es ist trotzdem was dabei, was euch ein bisschen hilft und unterstützt. Und, ähm, versuchen wir es dann morgen ein bisschen kürzer zu machen. Beziehungsweise zum Sonntag, je nachdem, was er hier gemacht hat, ne. Also, ihr habt die zwei, drei Szenarien letztendlich vor Augen. Zwei wichtige Punkte, an denen man das ausmachen kann. Und damit kann man sich schon den ganzen Tag eigentlich ganz gut orientieren. Ne, einfach guckt, was macht er denn tatsächlich. Gut, ich würde jetzt hier ausmachen. Ich wünsche euch Spaß. Wir hören uns am Sonntagabend dann für das Video von Montag wieder. Und bis dahin einfach viel Erfolg. Und ich hoffe trotzdem, dass, dass ich euch die Woche gut vorbereitet bekommen habe, auf das, was gekommen ist. Ich glaube, wir haben das jeden Tag gesagt. Das weiter, 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 weiter. Haben auch letzte Woche ja gesagt, das ist hier bullig, Muster und so weiter. Und Ausbruch und immer wieder anstehend. Hoffe, dass es dem einen oder anderen auch was genützt hat. Und er da was zu seinem Vorteil einfach ausnutzen konnte. Und, ähm, ja, das fände ich zumindest schön. Ich wünsche euch Spaß. Schönes Wochenende. Ciao. Vielen Dank.